1.000 Euro, wer länger Fastfood essen kann mit Special Guests heute mit dabei. Marvin ist mit dabei, Ash ist mit dabei. Wir wollen richtig viel... Ich gewinn das Ding, ich presse alles auf! Wir haben richtig Hunger, ich hab noch nichts gegessen heute. Für wie viel Geld sagst du, bestellen wir? Leute, wir werden heute richtig rasieren, 1.000 Euro mindestens. Also, let's go, ich will sagen, wir quatschen, wir bestellen alles. Komm, wir gehen rein da. Let's go, ich will alles essen. Komm, wir haben hier euer Lieblingsessen, let's go. Ich mag erst mal ein Happy Meal, will ich nehmen. The promise. Heute richtiger T-Day. Hast du heute schon viel gegessen? Nee, aber jetzt schon. 3 Happy Meals reichen mir. So, zur Bestellung zu fügen. Erst was möchtest du haben? Ich nehme das hier. Ja, es freut einfach. Entschalte ich, entscheide ich. Und jetzt? Marvin geht erstmal. Tschüss, hau rein. Eins, zwei, zwei, zwei. Warum geht er aufs Downclub? Das weiß ich nicht. Gerade bei 28 Euro erst. Das ist ein Witz. Wir machen noch viel zu mehr. Ich weiß es nicht, was er da macht. Guck mal, wir haben ihn mehr geplant. Das Doppelpack nehmen wir. Ey, ich will noch was, mir gerade was eingefallen. Wolltest du dreimal? Ja, übertreib. Ich wäre veräufig, aber ich will auch noch was haben. Ja, Junge, wir sind jetzt bei 61 Euro. Ja, das ist ja geschenkt. Ich will auch gewinnen, die 1.000 Euro. Boah, hier ein Fisch-Mag, Alter. Den knall ich mir jetzt an. Doppelpack, Doppelpack. Ja, natürlich. Nimm noch einen Fisch. Mit Pommes, Hashtag Burger Pommes auf die 1. Nimmst du immer, nimmst du Mayo oder Ketchup? Eigentlich Mayo, aber Mayonnaise ist auch ein Instrument. Du Mayo oder Ketchup immer? Ketchup. Nimm mal, ja genau, wie planten, da gibt es ganz viele. Alles mit Süß-Sauber vollhauen. Süß-Sauber, 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 süß-Sauber. Zack, das nehmen wir zweimal, oder? Ja, nimm 3. Du übertreibst gerade, weißt du das? Nein, das passt. Irgendwer hat sich jetzt aufhört, das muss gehen. Wie willst du das essen? Ich fragen das. Zack, so bin fertig jetzt. Digga, der übertreibt komplett. Es wird so teuer. Ich gebe aus. Wobei, nee, warte mal, wir haben gar nicht gesagt, wer bezahlt. Schere, Stein, Papier. 110,65 Euro. Wer bezahlt? Schere, Stein, Papier. Ey, warte, das war unfair, nochmal neu. Schere, Stein, Papier. Äh, das ist jetzt eine komische Situation. Schere, Stein, Papier. Nein, oh mein Gott, ich muss bezahlen alles. Versteigt an, Karl Marvin, die Kommentare. Irgendwann. Ja, okay, Leute, ich bezahle das. Jetzt nehmen wir uns gleich wieder. Alter. Oh mein Gott, ey, macht es auf gar keinen Fall nach. Man kann da richtige Schäden kriegen, wenn man so viel isst. Wir konnten es fast nicht tragen. Ich habe so unglaublich Hunger, ne? Ich fange jetzt schon an mit der Challenge. Fangen wir langsam an schon mal. Das ist die erste Ladung, die wir haben. So, das ist die zweite Ladung, dein Eis. Und ich habe schon angefangen damit. Ladung Nummer 3 und wir haben sogar Äpfel. Also ein bisschen was Gesundes dabei. Und ich habe Ladung 4 und 5 zusammen, weil ich esse alles. Ey, wir haben was richtig Gutes vor. Hast du, ich hoffe, das ist noch nicht zu gestern. Ist da was auch für mich dabei? Hier ist wohl jeder was dabei. Das ist noch nicht zu gestern, oder? Nein, was ist das? Okay, warte, wir brauchen, wir müssen den Tisch frei räumen. Oh mein Gott. Komm, noch mehr. Ja, wir sind noch lange nicht fertig. Noch mehr. Wir haben für 110 Euro bei McDonalds gekauft. Und Leo, möchtest du auch was haben? Oh mein Gott, Happy Meal. Weißt du, wie lange ich kein Happy Meal mehr hatte? Nein, jetzt hast du wieder eins. Wir haben nicht mal kontrolliert, ob alles drin ist. Wir haben 60 Nuggets plant-based geholt. Wir haben noch nie für so viel Geld bei McDonalds eingekauft. Ich hab so Bock, was zu essen, ne? Ich hab so Hunger. Ey, ganz wichtige Sache. Ihr habt ja jetzt richtig Bock auf Essen. Ich würd sagen, wir blenden gleich mal eine 10 Minuten spätere Szene ein, wie du überhaupt nichts mehr essen kannst. Wichtig, Hände waschen. Wo sind meine ganzen Cheeseburger? Hier. Achso. Hey, Max, das haut nicht hin. Das hier ist das Preisgeld, 1000 Euro. Das heißt, ranhalten, einfach reinhauen. Ey, ich esse alles. Ganz ehrlich. Es gibt eine... Weißt du, was ich notfalls mache? Ich hab einen Plan. Ich schneid meine Haut auf und mach das Essen rein und mach wieder zu. Für das Geld mach ich alles. Alles klar. Kommentiert gerne, was ihr denkt, wer gewinnt. Ash, ich oder Marvin? Mal anfangen jetzt, Jungs. Ja, okay. Ich hab mich gerne mit uns ablaufen. Machen wir auch Kalimicillermäßig rein, dass man sieht, wer am meisten isst. Ja, okay, können wir machen. Haut rein, ich hab so Bock auf dieses Video. Erstmal eine Capri schön können wir. Also, einfach essen, ne? Wenn irgendjemand nicht mehr kann, esst weiter. Haben wir Ketchup? Ich weiß es, ich hab mir Ketchup genommen. Mein erster Burger. Mhh. Wild. Habt ihr schon mal Burger Pommes gegessen? Burger Pommes? Burger Pommes ist das Beste. Hashtag Burger Pommes in den Kommentaren. Isst du auch Eis mit Pommes? Nein, aber Burger Pommes. Vertrau mir, das ist meta. So gläcker. Echt jetzt? Mhh. Junge, ich gläcker hier die ganze Zeit so krank, ne? Mhm. Es tut so gut, grad zu essen. Hört uns mal einen Happy Meal an Bord hier machen. Dein ersten Burger Pommes. Wer besser ist? Komm mal das drauf. Warte, wer besser ist, okay? Wenn ihr besseren Pokémon-Karten habt, was kriegt ihr? Wir machen 100 Euro Wetter, okay? Okay. Wunderbar, wenn ihr besseren Karten habt. Genau. Oh mein Gott. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, die glitzert. Na, na, nee. Nee. Guck mal, wonach gehen wir jetzt eigentlich? Nach KP? Die seltenste. Einfach, was sag mal deine? Meine, ich hab die hier. Ja, du hast gewonnen. Ich hab deine nur 80 KP. Ich krieg 50 Euro von dir und 50 Euro von dir. Also ich hab gewonnen, weil, guck mal, die hier glitzert und 180 KP. Ja, ich hab nur 80 KP. Easy win. Ich darf nicht hier aufhören zu essen, deswegen jetzt erst mal eine Pommes. Nee, aber der isst gar nicht. Äh. Ja. Und wir weggen ein bisschen Ketchup rein. Wir machen jetzt einen Burger-Wert-Essen. Jeder kriegt einen McPlant. Der muss schon gleich groß sein. Ash, ein McPlant für dich. Alter. Und ein McPlant für mich. Wurde abgebissen. Ihhh. Wer diesen McPlant jetzt schneller essen kann, der darf eine Pause machen. Der darf 10 Minuten lang nichts essen. Der darf eine Pause machen einfach. Okay, warte, chill, chill, chill. Treff mal nicht. Ey, Gallo, chillt mal. Äh, ich wird geschummelt. 3, 2, 1, go. Alter. Max vaut rein. Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Alter, du bist irgendwie am schnellsten. Aber beim Ash kommt, glaube ich, am meisten ab. Ich weiß nicht, wer gewinnen wird. Max. Nee, doch nicht. Doch. Ein bisschen rätiger. Okay, Max hat kein Burger mehr in der Hand. So viel ist noch übrig. Ja, Mann. Oh. Ungefähr 40 Sekunden. Boah. Ey, was bist du so lahm? Guck mal, als Strafe musst du diesen Cheeseburger direkt danach weghauen. Aber direkt, ne? Du darfst jetzt 10 Minuten nicht essen, ne? Ich darf 10 Minuten Pause machen. Aber ich glaube, diese Pause wird wird gut tun. 10 Minuten laufen ab jetzt. Scheiße. Ihr beide dürft jetzt nicht aufhören zu essen. Besonders Ash mit dem Auge behalten, dass er nicht schummelt oder so. Jetzt einmal Nuggets für Ash dahinten. Bitte schön. Hau rein, die 20er. Ey, hier wird nicht gekleckert. Ey, hör mir meine Serviette. Warte, ich hol's hier mal. Ich hab doch Pause. Ja, mach mal. Ich kann nicht mehr. Ich hab so viel gegessen hier. Wie bitte? Wir haben noch Pommes, 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 Burger, Nuggets, Nuggets, Burger, Burger, Burger. Ja, ich darf Pause machen. Ich liebe mal, das Leben ist viel zu lange. Findest du? Ja. Wollen wir verkürzen oder was? Was? Von 10 Minuten, wir waren uns bei 10 einig, ne? Hier, guck mal. Ich hab sogar 10 Mal vorhin mitgebracht. Seid mal nett zu mir. Ja, aber ich spruch gleich. So schlimm schon? Wenn ich du wäre, würde ich das nette Echsen. Ist das echt? Ja. Was krieg ich dafür? Noch mehr Pause? 50 Euro. For real? Ja. Ist das Echse? Das Geld nehme ich mit. Ich kann das alles gut. Allt, zieh durch. Sind da keine Eishuffel drin? Hä? Du hast 10 Sekunden gebraucht oder so. Mann, gerade nur, guck mal 5 Liter Cola. Scheiße. Puh. Ich bin pleite. Ich weiß nicht, wie viel ihr es schon gegessen habt, ne? Aber ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hunger, Hunger 1 bis 10. Wie viel Hunger hast du noch? Jetzt die Zähne von vor 20 Minuten reinblenden. Ich kann nicht mehr, Leute. Mir ist so schlecht. Wir essen immer McDonalds, ey. Echt? Wie viel ist es hier denn? Gar nicht gut. Was? Gar nicht gut. Als PC, wie viel Hunger hast du noch so? Null, Minus. Wo ihr runterstückt, habt ihr das Gefühl, dass ihr spucken müsst? Oh, so extrem schon. Okay, das ist krank. Es eskaliert ein bisschen. Mich ehrlich gesagt nicht erwarten. Oh, hier sind Pommes drin. Will jemand? Ey, meine Pause kannst du aufhören. Ich mach jetzt mal weiter, Leute. Ich mach weiter. Ich glaube, ich weiß, ob wir heute Abendessen werden. Ey, essen. Ja, ich ess schon. Essen. Ich hab mir den auch mitgenommen, weil du morst eigentlich immer gerne. Da musst du eine Vorallefel sterben. Ich zieh das Ding durch. Ja, wie viel isst du denn? Alter, ey. Ich kenn mich mehr. Mir geht's gar nicht gut. Hä? Ihr habt auch das ganze Gefühl, ich kotzen muss. Was läuft das aus? Es ist nicht gut. Ich zieh weiter durch. Ich hol mir das Geld, Leute. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wärt ihr jetzt auch voll oder habt ihr jetzt gerade Hunger und euch läuft das Wasser aus dem Mond. Kurze Statusupdate? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schaff kein Burger mehr. Du musst weiter essen, sonst bist du raus. Ist Pommes. Pommes, genau. Stimmt. Ganz langsam. Ganz langsam. So, einmal abalzen. Ja, und du Schiedlisch und Aruna und dich mal angefangen hast. Schneller, sonst raus. Ich kann das nicht alles nicht mehr sehen. Guck mal, ich geb mir so eine schöne Pommes hier. Wir sind jetzt schon so lange dabei. Wir hätten anfangen mit den Pommes. Ich glaube, ich geb bald auf. Die werden langsam echt hart. Ich glaube, ich geb auch, Leute. Viel mehr gegessen, natürlich. Ich hab so schnell gegessen. Hoge mir in den McPlant ran. Ich esse den McPlant. Ja, willst du essen dann? Nee. Okay. Ey, Zeit für eine Challenge. Wer zuerst eine Soße wegkriegt. Päh. Wer als erstes... Ja, wir müssen die Soßen wegbekommen. Wer zuerst eine Packung sie sauer kriegt. Jetzt ist Cola. Willst du keine Cola? Ich mag keine Cola. Was? Willst du Eistee? Was? Von Cola kriegt man schwarze Füße. Hast du noch nicht gehört? Was? Kannst du mit Cola trinken. Nee, ich trinke viel täglich Cola. Ja, ich bin mit schwarzen Füße. Soße für dich. Du musst was essen übrigens, ne? Ich bin fleißig. Wer am langsamsten isst, der fliegt aus der Challenge raus. Der ist weg. Der muss aufhören zu essen. Seid ihr ready? Ja. 3, 2, 1, go. Du musst doch gut trinken. Oh mein Gott, der macht es richtig. Dip, dip. Hä? Dip. Hihihi. Okay, jetzt geht's um euch beiden, ne? Wer von euch beiden schafft es, die schneller zu essen? Der Verlierer ist raus aus der Challenge. Ja! Esch, du bist raus! Okay, das heißt, wir beide sind noch im Rennen. Wenn die Frauen mit dem rausgeleckt. Und was ist mit deiner? Okay, Marvin. Okay. Was muss ich machen, damit du rausgehst, damit du aufhörst? Okay. Ich bin langsam ehrlich. Soll ich dir sagen? Ja? Haben wir noch Burger? Ja. Du isst 3 Cheeseburger auf einmal. Okay, ich isst kein Fleisch. Okay, dann machst du das Fleisch runter. Dann gehst du raus. Wenn du 3 Burger ohne Fleisch mit Pommes isst. Also Burger-Pommes ohne Fleisch. Okay. Mach bereit. Erster Burger ist vorbereitet. Oh, scheiße, der klippt fest. Hier, ich mach dir den auch noch schnell fertig. Jawohl, danke. Okay, wenn ich die 3 jetzt schaffe. Ja. Auf einmal. Ja. Dann hab ich gewonnen. Ja, dann geh ich auf. Komplett, dann krieg ich die 1000 Euro. Ja. Dann hab ich nach Spur, ihr wisst. Das zählt. Ich glaub, ich kurz danach. Schakel den mal. Alter, du hast richtig viel Burger-Pommes. Ein Triple-Pommes-Burger. Let's go. Als ob der, wie kann der essen. Oh mein Gott. Okay, weißt du was, Max? Hm? Du brauchst nicht weiter essen. Ich gebe so auf. Echt es? Ja, ja, ich gebe auf. Leute, ich verlass den Tisch. Damit hast du die 1000 Euro gewonnen. Scheiße. Geil. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst am meisten essen. Ich brauch eine Pause. Ich hab das Gefühl, ich könnte hier im Moment loskotzen. Wo sind die 1000 Euro? Ich will die haben. Davon kannst du noch mal zu Meckes fahren. Richtig krank. Schau gerne mal mal vorbei, dann haben wir was aufgenommen. Ich brauch eine fette Pause. Ciao. Haut rein. Ciao, Leute.